Hallöchen meine liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ori and the Blind Forest Ja, beim Lichter-Kugelspiel-Rätsel Ah! Haut ja gut hin Äh, was war da? Ach ja, Y Ich probier nur kurz, ich muss da Nein! Ist ein bisschen Herklich, zack Genau, dann müssen wir hier noch hoch Und das wird ja lustig War das das zu erwischen? Hä? Wie soll denn das Ding da rankommen? Da komme ich ja niemals Aua, aber ja, töte mich Ja, geil, ich bin tot Äh, nochmal, wie soll ich da rüberkommen? Nein, so nicht Geil Hier wollte ich unbedingt hin Ah ja, das war das da Verfehlt Ja, geil Nö, so ein lustiges kleines Rätselchen am Rande Ach, da war der Igel schon weg Fadaaam Cypher, Flucht, Spiel Biss in alle Ewigkeiten Und dann hier Darum ist er aber der Igel, ne? Ja, genau Dotto, wie wir gespeichert haben Was? Willst mich erwarschen Jetzt war er tatsächlich hier Nein, haha Aber Fängt ja gut an, Damen und Herren Meine Damen und Herren Ach Gott, ich bin ja wieder Am Versprechen wie die Sau Bitte Ja Nein, warum? Geh weg, du scheiß Spie, Seelenverbindung Ich hasse es Und wieder Das Ganze halt nochmal Los, spuck mich an Du ekelhafte Blume Und natürlich verkackt Und nochmal verkackt Weil ich ja so gut bin Verkack ich Verkack ich jetzt immer Ja, ja Und das ist der erste Anfang Der Aufnahme-Sessions Oh, das wird ja noch lustig Spuck endlich Sehr gut Was, du heute kannst besorgen Verschiebe nicht auf den Morgen Und da ist wieder dieser Scheiß-Siegel Willst du mich verarschen? Und jetzt ist der da oben wieder Hä, what the hell? Ja, ich bin heute ein bisschen Übermotiviert Man merkt es nicht Los, kotz Und womms Und töte das Tier Das Untier Sehr gut Ich hör zu, als hast du Geigelt Gar nichts Aber da ist echt ein bisschen Was? Ich habe da oben gedrückt Ich habe da oben gedrückt Das gibt es doch nicht Dieses Spiel lässt mich langsam Aber sicher zu einem wahnsinnigen Mutieren Auch wenn es schön ist Ah, er ist da Oh Sorry, das musste sein Ja, das erste Mal Und wie komme ich da jetzt rüber? Nein, wir haben unsere Chance verpasst Da, du scheiß Igel Stirb Wir haben es so weit geschafft Und dann sowas Ich bin empört Meine Freunde Und da ist wieder der Igel Und der da unten ist wahrscheinlich auch wieder Nein, der ist noch nicht da Aber gleich Zack Wir haben es noch da oben geschafft Jetzt muss er wieder hoch Damit er da sein Ende findet Na los, mach schon Genau Hui Hau dir ganz gut hin Nein Verflucht seist du Biss in aller Ewigkeit Du bist nur noch viel länger Oh Mann Stoppelt Oh Mann Ja gut, dass keine Festkammerung ist Ich glaube meine Stimme ist zu laut Oder? Oder tröne ich Keine Ahnung Schreib es in den Kommentaren Aufforderung um Ne Aktivitäten Ich bin so doof Ich bin so doof Äh Wahrscheinlich gibt es Leute Die das beim ersten Mal durchschnittlich sofort gerafft Oh ja, dann muss ich es so machen Und dann Der hat dazu hoch Die haben es beim ersten Mal durchrennen Geschafft wahrscheinlich Damit sind die Blumen darin Leute, ich erwische dich auch noch Nein Wer war denn so knapp da vorne? Jetzt ist wahrscheinlich dieser scheiß Igel da oben Nein Ich hab nach unten gedrückt Was macht das Ding automatisch? Ich hab damit überhaupt nichts zu tun Und wieder hoch Ja, hab ich es nicht gewusst Dass der Igel wieder hier auf Besuch ist Schön bei Luigi und Mama So, wenn der da jetzt da auftaucht Dann, ne Gibt es was Sattes Nicht druckeln Hahaha Nein Das gibt's doch nicht Ich hab da echt einen scheiß Speicherpunkt ausgewählt Und jetzt ist da oben wieder der Igel Ja, hör doch mal einer auf Etta, etta Ich sag dir nach unten Ja, und wie geht es euch so? Alles Paletti? Jetzt mal Concentration Der ist Geschichte Jetzt gibt der Controller ein Bitte Nein, das gibt's doch nicht Oh Mann Also Kinder Merkt euch für dieses Spiel Wenn ihr neue Eigenschaften lernt Wird das Spielerleben schwerer Und jetzt ist da wieder da Unser Kollege der Igel Und tschau Viel Spaß in Himelaya Weiß zwar nicht, was du da oben machen solltest Aber auf jeden Fall viel Spaß Warum darüber Ich hab da unten gedrückt Du sollst es gerade nach oben gehen Ruhig Blut Wir schaffen das In dieser Aufnahme Ich mutiere ja gleich zum Ausrasten in dem Bett werfen Nein Oh, verdammt mich doch in Ewigkeit Was wird heute die Fluchfolge Ich weiß es jetzt schon Ja Jetzt verarsch mich bitte nicht Mach alles so, wie ich es haben möchte Das gibt's doch nicht Alter, das ist wieder dieser scheiß Igel Fick doch die Hölle Alter, das gibt's doch nicht Boah, ey Und das Allerschlimmste ist Das ist die erste Folge in der Session Also ich nehme mehrmals am Stück auf Aber Alter, da verschießt er Tief durchatmen Und einfach nur diesen Scheiß da Irgendwie durchstehen Gibt's doch nie Nein, warum schießt du mich total nirg Ich hab noch ungedrückt Ich glaub, der Fackeln-Controller will mich einfach nur verarschen Will mich einfach nur hart dissen Und verarschen Das wird's sein Viel was anderes macht er nicht Und dann Ja Ja Vor allem jetzt müssen wir nochmal machen Damit wir da den anderen Igel da Zwei Stockwerke höher da Oh, Mann Ja, wenigstens das macht er Oh, dann haben wir Stirb Kartoffelpuffer Was für monströse Schimpf Oh, der hat Kartoffelpuffer gesagt So, nochmal Nein, verschossen Oh, nein Willst du mich verarschen Den hol mal nicht mehr ein Das ist doch die Höhe persönlich, ne Die klopfen mir gerade auf der Schulter Ja, ich bin's Was Also, ich bin nicht derjenige Ich hab da jetzt so einen Zwillingsbruder angeheuert Der für mich den Controller steuern sollte Und wie man sieht Macht das ganz exzellent, ne Er verscheißt natürlich jede Situation Die nur möglich ist Nein Hab ich's nicht gesagt Ich hab's doch gesagt, ne Er verscheißt einfach jede Möglichkeit Die gut ist Nur um zu zeigen, wie Naja Wie groß die Eier gewachsen sind Wie lange gucken wir jetzt bei dem Level? 10 Minuten Und wir haben schon vor In der vorfolgenden Folge Glaube ich 20 Minuten Hier bei dem Leveler rumgeschissen Und wieder daneben Nein Huch Hä, ich drück doch nach unten Leute, ich könnte das Ding mit dem Ding auf Also mit der Kamera aufnehmen Ich drück da Nach unten Aber jetzt hat er sie wieder geschnallt Was ich in der Richtung gemeint hab Wehe da oben Ja Oh, das Leben hol ich mir natürlich wieder Der Egel stirbt, zurecht Aua, hä Du magst es mich zu rächen Hält ja Das Spiel macht nicht Ja Motiv einatmen und Concentration So, da bekommen wir jetzt auf jeden Fall hin Und mit auf jeden Fall meine ich jetzt da Also jetzt bei diesem Versuch, ne Das wird jetzt ein Klacks So, wir sehen jetzt werden wir Profi-Spieler Jetzt haben wir so oft gescheitert Da kannst du nur noch hinhauen Nein Immer an der gleichen Stelle Und jetzt ist er wieder die Kriecher Okay So, aber jetzt dann, ne Aber jetzt dann ganz ehrlich und wirklich Das kann nur noch ein sehr guter Durchlauf werden Ich fühle es Aua, hey Ich sagte, ich fühle es Nicht ich Naja So, jetzt aber Vorbei Aber haben wir schon gesagt, dass ich es fühle, dass es jetzt gut wird? Also so richtig, richtig geil wird es Jetzt mach mal ein One-Run Ein One-Hit-Run So, da oben nach Willst du mich verarschen? Jetzt aber Jawohl Jetzt haben wir hier oben wahrscheinlich auch wieder Gesellschaft Jawohl Guck mal, wer sich da tummelt Ciao Huah Ich drück doch nach unten Das ist nach unten Zu mir Ach, scheiß doch Du scheiß Igel Diese Folge ist nicht jugendfrei Es enthält Schimpfwörter brutalsten Ausmaß Erfügt dich Was? Willst du mich erarschen? Nein Nicht Ah, Leute Ich bin so am Arsch Ich bin so am Arsch Und das Lustige ist ja Ich verstell mich da nicht einmal Das ist echt so Das ist nicht lustig Das ist nicht schlimm Richtig, richtig Mies schlimm So, jetzt aber Konzentration So, da stirbt Mit oder ohne mich Kann er sich aussuchen Ich hab nach unten gedrückt So, versuch nochmal Lässt mich verarschen Das Gamepad stoßt unten an Und zeigt nach unten Also netter Steuerknüppel da Jetzt schieß doch Jetzt haut es wieder hin Nein Hä? Alter Spiel Mach sowas nicht mit mir Mach sowas mit anderen Leuten Aber nicht mit mir Ich glaube ich werde am Anfang Da nochmal drüber sprechen Ich glaube so kann ich das nicht Auf YouTube stellen Das war knapp Warum? Hä? Wie soll das gehen? Ich komme da nicht einmal hoch Also einmal haben wir das geschafft Aber ich frage mich Äh, wie? Bitte nehmen wir es an Jawoll Bitte kein Igel Sehr gut Siehst du? Dann nimmst du einfach nicht an So, nochmal Und heppah Da ist noch kein Kollege Sehr gut Nein Okay, bevor wir jetzt da weitermachen Ich probiere mal nochmal da hin zu kommen Wie das gehen soll Der schwingt da hin und her Nein Wie soll ich da rüber kommen? Letzter Na, da lässt er mich nicht hin Ja, kill mich Dass wir jetzt aber echt wissen Wie soll ich da hinkommen? Ne, dann bremst du hier wieder so unnötig ab Und dann stirbt er hier wieder Okay, da Das wissen wir dann hier hoch Und dann nochmal hier Dann hier hoch schießen Dann nimmt das von so weit weg Aber hier Ach, jetzt macht das Okay Nochmal Jetzt haust du wieder hin Ich bin begeistert Von dieser Kenntnis Die mir nichts bringt Und jetzt haben wir hier Warte, ich bringe mich mal schnell um Na los Oh, jetzt da Aber Nicht jetzt Ich versage gerade wieder kläglich Warte, ich bringe mich nochmal um Wir haben ja immer so gespeichert Dass hier oben überall frei ist Jetzt da Los, schieß Wow, bin ich gut Jawohl Nein 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 Boah, nein Ja, nein Ich mach keine Freunde Das haben wir fast geschafft Dann hat mich dieser Scheiß Ich nochmal umgebracht Habt gibt's doch nicht Aber als funktioniert schon immer So So Nochmal Vollste Konzentration Ja Ich bring mich nochmal schnell um So Die Folge muss es aber hinhauen Weil sonst Hab ich Ja Kein Lebensbild mehr So Wieder die Ruhe Selbst Sehr gut Nochmal Zack Hoch damit hier Nein Die falsche Richtung Nein 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 Scheißigel Du machst da nichts mit mir Ich bring mich nochmal um Was lebert Kein Sinn mehr Kann sein, dass es an der Stelle ein bisschen Übertönung gegeben hat Ich entschuldige mich dafür Aber Irgendwann muss man sich nahe bringen Gerade noch Nein Knapp daneben Ist leider auch daneben Ist wieder der Igel Ich bring mich wieder um So Das klappt jetzt da Nein Warum will er Scheiß mich nicht da Ja Bring mich nochmal rum Also ab und zu Da ist doch ein Haken drin An der will er einfach nicht Dass ich hier was mache Was Das hat er jetzt angenommen Ich dachte es sei dann ihm Nein Nein Wir mal zu weit Ich muss es nicht mehr zu nehmen Ich muss es diese Folge noch schaffen Ich muss Okay nochmal Vollste Konzentration Jetzt Achso Zack Nein Boah Jetzt scheitert es hier schon Ich bin Ich bin ein schlechter Spieler Aua Höh Es war ein Versuch wert Spuck schon Komm Ey Mach schon Für was gibt es denn Speichern Für was gibt es denn speichern Ja los Zack Nein Ich habe nach oben gedrückt Ich habe nach oben gedrückt Das ist echt Eine doofe Stelle im Spiel Vor allem ich bekomme sie einfach nicht gebacken Ich bekomme sie einfach nicht gebacken So aber jetzt da Was Alter das Spiel will mich echt verarschen Das will mich gerade so hart verarschen Harter geht es gar nicht mehr Okay nochmal So wieder nicht mehr springen Warum wieder Ja die Runde ist sowieso vorbei Er wollte jetzt einfach nicht mehr springen Geht mein Controller gerade ein Oder Firm das mieses Ja wir haben es ja schon mal fast gehabt Oder wir haben es eigentlich schon gehabt Wenn ich seine Iglagi Spießt hätte Dieser alte Spießer Jetzt aber Ganz ruhig Jetzt da Spring vielleicht Du Miss Ja Irgendwas Kann ich nicht mehr springen Haut euch alles Super hin Na jetzt aber Geht ganz ruhig Alles haut hin Hö Einfach überleben Ja Und ich kann nicht speichern Weh ich sterbe jetzt hier Ja Haben wir es geschafft Haben wir es Haben wir es geschafft Jawohl Drücke X Um sein zuzuhören Das machen wir jetzt aber Lieben Gerne Jetzt können wir das Element des Wassers Wiederherstellen Wenn wir diese Aufgabe erledigt haben Liegen noch zwei Andere Vor uns Nice Na Und Da Sprießt das Wasser Wieder aus dem Brunnen Schön Spiel gespeichert Oh Aber Ey Was Oh ich sollte vielleicht da Hoch da Komm Nein Ich lasse offen schon wieder Okay Action Ich würde gerne in der nächsten Folge Weitermachen Nein Okay Die Folge noch Jetzt springen vielleicht Ja Nein Ist ja unbeschreiblich schön Aber Kann ich mit weniger Zeitdruck aufgehen Komm ja Nein Warum kann das Viech nicht schwimmen Ich wäre ja vom Spiel so demütig Komm mal hoch Ist da ein Portal Oh Wusste ich gar nicht Wohin muss ich jetzt Okay Das ist ein bisschen mies Letzah Lass mich hoch Ich bin Arzt Äh Was Guck mal Alter Schwere Nein Ich bin da gestorben Dabei ließ es gerade so gut Dabei ließ es gerade so gut Aber ich sterbe Nein Jetzt da Jawoll Komm schon Das schaffen wir jetzt da Komm schon Komm schon Jetzt da Nimm doch das Ding da an Mensch Alter Das Ding Widerisch Jetzt willst du es hier nicht hoch Tschau Schieß bitte Ich weiß nicht wohin Okay Ladies und gentlemen Wir werden jetzt noch mal sterben Aber ich sage mal Hier ist mal kurz Folgeschluss Ja Und wir sehen uns In der nächsten Folge Tschau Ich trinke noch mal Tschau 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 Untertitelung des ZDF, 2020